ja ich bin schon dabei mach du uns dann schon mal einen Blick dass wir aufs Haus kommen komm endlich wo bleibt der denn ja was soll ich denn machen alter ich kann ja mein Hamster treten wenn das was bringen würde und ich ein Hamster hätte was dauert das denn so lange wo stehst du unten im Haus so hau begrüßung raus was geht ab ihr geilen Klubschis herzlich willkommen zu einer neuen Runde von was spielen wir hier nochmal 7 days to die wir sind hier unterwegs und man kann es gerade nicht sehen aber scheiße ich habe mein Meister weggeworfen es ist Tag 7 21 uhr 46 hat man gerade gesehen es ist gleich soweit die Horde ist coming komm schnell aufs Dach ich bin natürlich auch wieder mit dabei herzlich willkommen erstmal heute wäre mir gerade echt ein bisschen Stress denn Leute Tag 7 die Welle kommt komm schnell anziehen also wo bleibst du ja chill doch mal chill doch mal Junge du machst voll Stress hier so ich nehme noch mal eine Achse mit ich nehme noch zwei Achse mit drei zwei eins ich will nicht mehr wo geht es hoch da kommt ein Zombie zwei Zombies wie bist du aufs Haus gekommen sie kommen wie bist du aufs Haus gekommen da kommt irgendwas angeflogen da ist eine Leiter du Spast wo ist eine Leiter sag doch wo die Leiter ist hier alter guck mal oh alter komm hoch ja bin dabei alter siehst du das da hinten fliegt irgendwas ähm drachen oder was ist da los siehst du das oder nicht ja ich sehe das alter hier kommen richtig viele äh oh shit alter nochmal schnell ausrüsten hier alles die sind drüber die sind drüber echt scheiße alter können die Leitern klettern ja können sie da kommt schon einer hoch da ist direkt runter geflogen alter oh oh blubst du komm da weg ich bau da ich bau da nein was machst du da ich hau den achso ok ja der macht das verpiss dich da ja ok sag das doch liebevoller geht hier auf dem Dach nicht scheiße ich hau den Spinnenzombie what bitte what Spinnenzombie lol was macht der da da steht Spinnenzombie äh wie bist du übrigens hier auf die Mauer hochgekommen ich komm da nicht rauf ah jetzt alter ich wäre fast runter gesegelt alter ähm ok ich höre da noch ziemlich viele ich höre momentan ehrlich gesagt haben wir wenig ich höre gar nichts gerade ok dein audio ist echt super ich sehe von dir auch ehrlich gesagt kein ok jetzt habe ich was gehört da blutet irgendwas kann man mal machen ähm wie komm ich da am besten hoch was wo hoch ähm hallo ist bei dir echt so viel los ich höre gar nichts oh man ja gut jetzt ist bei mir nur noch einer zu hören ich frage mich wirklich was da vor dem land geflogen ist ich habe keine ahnung ah das sieht man übrigens auch den blutmond hallo mond ähm geht das jetzt eigentlich die ganze nacht so durch oder soweit ich weiß kommt halt eine horde wenn du die erledigt hast hast du erst mal ruhe für die nächsten sieben tage ok also das ist jetzt nicht irgendwie so die ganze nacht durchgepowert also ha jetzt mal ohne scheiß das war richtig wenig wir machen hier die ganze zeit solche panik also ihr seht das ja hier auch schon äh entschuldigung dass wir hier ein bisschen wenig reden gerade beziehungsweise über die geschehnisse die hier so abgehen äh wir haben ja wir sind so angespannt gewesen ja wir haben den letzten tag gehabt also tag 6 und da haben wir nochmal alles durchgeballert was es ging ihr seht hier die ganzen stacheln und vorne haben wir sogar einen kleinen graben mit äh stacheln drin also da haben wir echt nochmal richtig getryhardet hier um am leben zu bleiben und dann kommt hier so ein mini furz an oder was ich verstehe das gerade auch überhaupt nicht ich meine wir spielen auch normalen schwierigkeitsgrad wie was weiß ich jeder andere wir haben jetzt keine hardcore genommen weil wir spielen dass sie zum ersten mal und äh so wollen wir mal rausgehen und gucken das wird schwer ich hätte wirklich gedacht da kommt sowas auf uns zu wir haben keine chance hi aber aua 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 ich bin gerade in die eigenen stacheln wieder gerannt also sobald du raus rennst sind hier halt stacheln direkt in deinen arsch ich weiß ich bin schon zweimal reingerannt oh ich hab was gehört mach einfach die tür zu okay die ist glaube ich gerade gestorben die ist glaube ich gerade gestorben hast du ernsthaft weil ich könnte wer kann ich mal ich mach mal hier was meinst du mit hast du ernsthaft das war ein selbstgespräch also hallo 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 ach so dass er zu können bisschen blutig ist es auf jeden fall ich höre auch gar kein zombie gerade mehr okay wenn man so guckt wie viele gestorben sind alter kann man schon sagen alter okay das waren doch ziemlich viele alter massengrab also lauf mal eben einmal rum zeig das mal im video weil da sind schon ziemlich viele gestorben da kam doch ein bisschen mehr als gedacht vor allem ein bisschen mehr als man gesehen hat aber kannst du mal sehen das hat funktioniert mit unserer deckung hier also bis auf die beiden spinnen so ein bisschen keine durchgekommen guck mal hier da ist einer durchgekommen der ist dann da gestorben wo ach da lol da oh man du bist so sozial halt er nicht runter ne hab ich nicht vor aber wo ist er da denn oh gejagt irgendwo ist einer noch ich bin auf jeden fall gejagt ich laufe einfach mal andersrum und aber wo ist er jetzt könnte unser survival experte der uns hier jedes mal so weiter hilft echt mal raushauen was das für ein fliegendes viech war also ich weiß ja nicht ob du das jetzt im video hast dass man das sieht ja man hat es auf jeden fall gesehen ich bin immer noch gejagt weil das das war echt keine ahnung wie würdest du das beschreiben eine fliegende mistgeburt wäre jetzt mal ein bisschen schlecht beschrieben ganz ehrlich so aus der ferne wenn ich nicht wüsste dass wir hier in einem zombiespiel sind würde ich sagen das war ein drache aber das einzige was fliegen kann was ich halt auch gelesen hatte was unser guter typ hier geschrieben hatte war so eine fliegende hornisse war das glaube ich aber dafür war das ziemlich groß das war ja auch ziemlich weit weg das war ja sehr weit weg ne und das wäre halt im vergleich zu der hornisse die ich damals gesehen hatte wäre das ein scheißdreck gewesen alter also also die hornisse damals ist ein scheißdreck dagegen tja auf jeden fall kann man sagen wir haben überlebt dank vieler stacheln und ja so